Herzlich Willkommen, liebe Zuschauer, es knistert schon, es wird nicht mehr lange dauern, bis der Anpfiff hier ertönt. Die Spieler müssten eigentlich jeden Moment aus den Kabinen kommen. Und jetzt spielt München gegen Saarbrücken. Mein Name ist Marco Hagemann und zusammen mit dem Top-Experten Hansi Küpper werde ich Sie heute durch das Spiel bringen. Hallo Marco, das ist der erste Spiel, aber ich glaube, da kann er sein, das ist das Spiel. Die Definition wird sie aufsteigen. Der erste Spiel ist angegriffen. Sucht die Lücke, sucht seinen Mitspieler. Der Rechtsanzieher. Da ist die Chance. Er zieht durch. Da ist das Ding. Ein Treffer in den allerersten Minuten. Das ist ihre Spielphilosophie. Balleroberung mit hoher Aggressivität und dann innerhalb weniger Sekunden zum Abschluss kommen. Das ist die Frühführung. Einfach nach vorne geschlagen. Saarbrücken hat gleich in den ersten zehn Minuten getroffen. Damit entstehte es 1 zu 0. In dem Pass bestehend sie sich selbst den Weg. Der Gedanke war der richtige, aber die Ausführung war schlecht. So darf er diesen Pass natürlich nicht spielen. Der kommt weit nach vorne. Versucht da durchzustecken. Er versucht es. Sonde, was für ein wunderbares Tor. Gott, die legen ja los, wie die, sie wissen schon, diese mit den roten Autos. Steht für Konter, Fußball vom Allerfeinsten. Und hier haben sie es wieder mal bewiesen. Sonde, zwei Minuten jetzt also. Das ist ein komfortabler Vorstand. Eigentlich müsste das reichen, um am Ende den Sieg einzufallen. Aber die Betonung liegt auf eigenem Tisch. Besser kannst du das hier nicht vorstellen. Er steht in der Luft. Ja, schön gehalten. Krasse, ganz stark. Der Dank geht an den Torhüter. Lästig gemacht. Abgefahren, gut gemacht. Der Dank geht an den Torhüter. Und dann geht er durch. Das ist ein sehr anständiges Pressing-Wall. Versucht den Master durch die Gasse. Er fragt einfach mal drauf. Der Schiedsrichter pfeift zur Halbzeit. Wie würdest du so die ersten 45 Minuten beurteilen? Sie führen mit 2 zu 0 und ich bin gespannt, wie sie jetzt vorgehen werden. Schnell klare Verhältnisse schaffen oder langsam und sicher diese zwei Tore über die Zeit bringen. Mit einem 2 zu 0 geht es in die Pause. Und er ist in der Luft. Und noch 1. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich das nochmal nehmen lassen. Erst denkt man, sie hätten ihn im Griff und dann zaubert er so ein Ding aus dem Hut. Es war ein Treffer der großen Robustheit. Er setzt den Körper perfekt ein und obwohl der Gegner an ihm dran ist, kann er das Tor nicht verhindern. Und damit steht fest, Doppelbocker. Damit also steht es 3 zu 0. Ohne Rücksicht auf Verluste. Hartes Tackling, aber alles regulär. Der kommt richtig lang. Das Ding geht rüber aufs Langweg. Und es stellt sich natürlich die Frage, hat der Trainer ihn das somit auf den Weg gegeben? Hat er gesagt, versucht er es mit langen Pässen durch die Mitte? Die Gassen zu viel ab und legt den Tor. Großartige Position für alle Schuss, aber sie machen nichts draus. Da sieht man mal wieder, wie konterstaunt diese Truppe ist. Und mit etwas Glück hätten sie das Tor auch gemacht. Gut gekontert, nicht gut genug abgeschossen. Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Schumanns. Den hat er. Und die Flanke. Schumanns. Schumanns der Gegner. Versucht den Pass da durch die Gasse. Nur noch, nur noch der Torwart von Deistys. Schumanns. Ein Fall von Foss. Schumanns. Schumanns. Jetzt müssen sie sich neu orientieren. Sucht seinen Mitspieler. Und weg ist er. Da ist die Möglichkeit. Mit dem Fremderspitz. Da hat man auch schnell umgeschaltet. Da ist schon ein Konterfußball gespielt. Aber das Ding nicht reingemacht. Trotzdem ist Schumanns. Die Auswechslung kann jetzt vollzogen werden. München. Mit dem Doppelwechsel. Das Spiel hat sich zuletzt überhaupt nicht mehr nach dem Geschmack des Trainers entwickelt. Das hier, dieser Doppelwechsel, könnte vielleicht auch einen Systemwechsel bedeuten. Was war das bitte schön für eine Vorführung? Imd an. Vielen Dank.